Leute, wisst ihr, was ich erst jetzt merke? Hier spielt das Titel-Film von Feuerrot und Blattgrün. Ich glaube, das ist auch das von... ähm... ...Glazed, aber ich glaube, da hat man eher das von... ...Rubin Saphir genommen. Naja, auf jeden Fall. Gehen wir jetzt... ...nicht nach Neuborkia. Ich wollte eigentlich den Orden bei Silber holen. Mensch, Jesus Christ. So, wie hieß die Stadt nochmal? Whitewood, was glaubst du, oder? Ne, da war's Blackthorn. Oder was? Ne, Chanwood war's nicht. Oder? Der Blackthorn war... ...wird es Mahagonia? Das ist Mahagonia City hier? Ne, war das eben Holz. Und so fick, äh, schneid es neben Old City. Wollte ich nach... Alter! Ist das ein Struggle? Wir sind eine Minute im Part schon. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier... ...mich hinporte. Dann war's doch Chanwood, oder? Nein, was? Was? Kann niemand sagen, dass es nicht hier drauf ist? So, es gibt noch ein Next. Ach so. Evergreen Town, ja. Ich hab nie gesehen, dass es da noch ein Next gibt. Ja, kein Wunder, dass ich den da nicht gefunden hab. Ja, es geht jetzt in die Arena von... ...Silber. Da ist wohl Musik, glaube ich, da machen. Ich hab die auch viel zu lange... Die Deoxys Musik, Alter. Ich hab die auch immer noch einiger zu. Das ist ja auch... Was ist denn? Was? Was ist denn? Was? Was ist denn? Was? Hhhhhh Hhhhhh So nebenbei ich sollte auch mal wieder Träcki kaufen gehen Merke ich grad ganz spontan Wenn hier schon ein Pokémon-Markt ist Hhhhhh So holen wir mal 1,20 Na ich hab's Geld Das sieht man glaube ich Ich hole mir auch mal 25 Stück Wohl hier wie viele habe ich einfach noch Ok 20 ist mehr als genug Ich glaube wie weit her habe ich für den Moment auch noch genug Ich wundere jetzt aber dass hier keine Bälle verkauft wird Warum ist das eigentlich manchmal so Manchmal werden Bälle verkauft Manchmal nicht Das ist richtig seltsam Oh ne nicht so ein Rätsel Ja 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 Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Silver ein Licht-Pogmon hat. Hat der überhaupt einen Golden-Silver? Ich weiß, dass der ein Polo hatte. Und in Hacker-Zoll-Silver noch später ein Gengar. Das ist ja auch ein Good-Year. Ohne Scheiß, was soll das? Eine Arena ohne dass man den Weg sieht. Also kein bisschen. Alles blind. Iron Tail. So, Maidchen hat wurde besiegt. Geht zweilos. Na doch, gehen wir auf ihn hier. Ist zwar Geist, aber ich habe Mondgewalt. Mondgewalt ist übrig. So, was könnte ich lieber haben? Ich denke, Zoroark wäre safe. Zoroark, das ist so ein Unlicht-Pogmon. Das erwarte ich eigentlich. Ansonsten vielleicht auch Trikephalo. Stimmt, Trikephalo könnte gut sein. Was ja auch stark ist. Unesprung. Und mal überlegt, der ist ja ein Jototrainer. Es gab es nur für Unesprung in der zweiten Generation. Dyspota, stimmt. Dyspota könnte er haben. Ähm. Es gibt noch einen Gen 1 und 2 an Unlicht-Pogmon. Ich glaube, Gen 1 hat überhaupt keins. Ne, Gen 2. Ich glaube, Dyspota. Schlimmiger. Bis jetzt aber lustig. Eine-Mache-S разр Adjust. Sie werden die Studenten gerade Rollen. Oh, also K İpsi doit être dev Int hyvä presence Base ihren explainedード name. dirtbagezo dans哈哈哈 ERACE Erfquake. Alter finde... Du kannst auch Flammenwurf machen,naир hopefully. Oh ne? Ja. nicht dass du kein flammhof hast das sollte man auf level 60 stand schon haben im moveset so hundemann besiegt noch ein hundemann das diesmal eins bis das nur die kurve mindestens drei hat ich habe so ein bisschen angst vom level von silber vor allem es gibt danach nur noch eine arena leiterin in joto das war sandra hoffentlich hat sie da schon ihre familiären probleme damit siegfried gelöst woher soll ich denn das riechen können kann ich überall stehen wo diese sterne sind und alter ich kapiere es halt echt nicht hier kann ich auch nicht den ort jetzt ja mal versuchen könnte weiter was soll das regens motiviert die musik aber alter man kann den doch nicht sehen den weg schluss schluss zudem es war so dass schluss Nein, fast, Alter. Das ist halt richtig Trident Terror. Was soll ich denn hier machen? Wie hat Shell den Weg hier gefunden? Mensch, das nervt gerade. Mein Gott. Ich weiß auch, dass da kein Weg ist, Mensch. Ich habe die Notfall-Waycard gar nicht gedrückt. Oh Gott, Fortschritt. Aber hey, wenigstens habe ich Fortschritt. Bruder, ich drücke jetzt gar nicht nach hinten. Ist das aber scary, so scary? Ne, nicht wirklich scary, eher nervig. Max. So, jetzt, wo wir bisher hingekommen sind, könnte wir ja mal weiter spekulieren, was Silber haben könnte. Tricky Fallout ist Bruder, Socoax, sehe ich schon im Team. Nachtara, stimmt, der ist aus dem zweiten Chat, aber ich hoffe, dass es keins hat. Nachtara ist nämlich richtig nervig. Ansonsten will wir jetzt mal nach Generation 2 schauen. Was gibt es da zu Bierissen? Ne, denke ich nicht. Es war ein gutes Unnichtmon, aber ich sehe es eher als Geist-Pokémon. Also, denke ich eher Unnicht. Hätte man ja mal versuchen können. Hätte ich ja mal versuchen können. Wenn man sieht ja auch kein Anfang und kein Ende hier. Ohne Scheiß, wenn ich jetzt gleich viel schaffe, dann schneide ich. Ohne Scheiß, wenn ich jetzt gleich viel schaffe, dann schneide ich. Ohne Scheiß, wenn ich das eigentlich gerade versucht. Es gibt ja auch nicht mal Tipps oder so. Und da, die zwingen mich halt gerade echt den Geiler dazu schauen. Naja, wisst ihr was, bis gleich. Ich habe den Weg gefunden. Und Alter, ohne Scheiß, ich habe auch gesehen, das ist in der vorherigen Beta. Alter, fuck. Das ist in der vorherigen Beta. Und ich mal diese Bodenplatten gehabt. Die gab es doch nicht mal in der siebten, in Beta 7. Was ja die letzte Beta von Release war, glaube ich. Ne, einfach nur so. Das ist alles. Ohne Scheiß, hätte man es nicht irgendwie so machen können, dass man es wenigstens ein bisschen sieht. Das ist der Final Release völlig schon richtig fies. Also wirklich, fand ich jetzt nicht cool, dass er in der Rätsel, ja, mit nerfisch. Scheiß, vor allem, die zwei Artenwege, da muss man ja auch nur gerade aufsehen, wo laufen, na. Hunde worden. Ich weiß auch, es gibt, glaube ich, Cheats, mit denen man, sehen kann, aber ich finde es echt nicht cool, dass man das da nur mit Cheese seht. Jo, jetzt mal die Nase putzen. Earthquake. Wundermann wurde besiegt von meinem Erdbeben. Vor allem, das hat die jetzt Flammen wurft, ne? Die anderen haben es nicht eingesetzt. Spitz heißt der. Hunger ist er eher stumpf als Spitz. Oh mein Gott, sind meine Lust so witzig. Erdbeben. so der spitz der der kopf ist er nicht zu spät weil schaut mal und sie den halben kopf bruder ich mag es war aber was war das für eine arena bitte was hast du heute morgen genommen weil ich habe mir als ich danach geschaut habe ich auch die beta version gesehen da gab es hier überhaupt keinen weg mit der vtf du musst aber sich ja an den trainern orientieren also ich bin gut aufgestellt gegen unisch a figure you show up sooner or later as i'm sure you are aware i specialize in the dark they are just the natural coolness about them don't you thing but enough of that it's a battle you came for it's a battle you get ok blau warum zum teufel ist eigentlich arena leiter vor allem warte ich als ich den letzten part beendet habe so stimmt die gibt es ja auch noch ja den hätte man auch erwarten können ja als ich habe ich mir so überlegt so charlie wie sie noch mal so weit ihm ist schon seine schwester schelle genau das ist ja seine schwester und die wohnen ja hier in der evergreen town heißt es ist das schon mal hier auch wohnt weil jovani ist ja der vater von von silber das gut hier in hartmann zollzimmer bestätigt dass die zwei verwandt sind es ist das äh shells vater auch jovani ist oder hat sich die mutter jo alter ich habe schon gewohnt dass das ding schneller ist als zucari ok kann ich jetzt auch nicht das schnellste habe ich schon mittlerweile bemerkt an seinem speed warum macht er mir so viel schaden das war nur ein low kick hat er erstmal mit 60 stunden und scheiß ich bin froh dass ich geschnitten habe zu bleiben ja hier ist ja schon habt ihr schon vermisst ja stimmt die bruder aber auch so und ob jetzt scheiß das liebe hätte er nie benutzt ich glaube niebel hatte er auch die gold und silber mut gewalt so trägefall wurde besiegt absolut naja absolut kann man machen muss man aber nicht ich meine absolut hat eine coole mega entwicklung ich weiß doch dass es die mädchen im spiel gibt sollten die nicht auch bald irgendwann vielleicht weil ich weiß ja nicht in dem gezeigt werden oder so weil nur so die idee so auch was wir bricht schon mal den delegator so was macht er jetzt das ist die flamme hoch ich glaube das sind kein zauber schein das tut mich aber nur der 3 schwertanz aber ich bin schneller und müsste ihn eigentlich killen eigentlich ne also ich rechne noch fest mit zuruak ich bin wieder zu vorgesehen oder die verwendet also die die ist das noch mal auf deutsch alter äh die sposa genau ok ambrian naja er hätte da so viel mehr draus machen können so wie man absolut durch so und ambrian durch tyranita ersetzt hat er aber nicht gemacht schade eigentlich ich glaube das hätte bis obwohl am bühnen eigentlich schon schwer zu besiegen ist so im namen des modus werde ich ihm dafür bestraften dass er kein tyranita oder ein furoak im team hat vor allem sieht hier das macht nur die hälfte und jetzt nervt dich schon wieder mit toxin ja selbstverständlich hat er die überreste wäre sonst langweilig wenn nicht und scheiß mal aufs gift ja aufs gift ja die wischwerbung ist aber scheiße die wischwerbung die wischwerbung so ich wollte dich doch mal mundgewalt einsetzen damit er schön auf einen trank gehen kann du bist jetzt tot zu dem namen des mondes werde ich dich jetzt bestrafen und ich könnte mir mal ein schluck sprudel ohne die sprudelfläche umzuwerfen so ich freue mich mal hoffentlich gibt es hier finster auch als them wir gerade ganz spontan heim das kann man vorher hat man nicht oder was jetzt hektest du team 40 46 der team contains the movie battle it will entwickle emergency als ob ich raub bekommen habe wird was ist mit you better kick was ist mit keine ahnung finster aura also dark pools war ja nur zu gut als move geil ohne scheiß es nervt mich jetzt man hätte so so ein gut move geben wird warum geben die letzten nachigen jetzt so scheiß tms geht man jetzt locker finster auch ergeben können das ist der 15 orden mein punkt ist er bis 60 schuld kriegt raub und ich freut mich nach neuborgia black thorn was oder ja müsste es gewesen sein vor dem geschaffen schon auf den kampf gegen vor dem bei erst als ich die besiegt habe habe ich auch erst gemäßt das im jahr viel sauber endlich geben könnte da würde ich den guten move auf zur kapp der vom typ mund ist weil mit finster zu arbeiten ist ein bisschen scheiße ja vielleicht bei mir ja beim mutter lernen noch nicht noch nicht soviel schon kunden soviel schon kunden soviel schulder soviel schulder die bist du Til von 2011 dieses bestellишles dann machen locker zocker hera knap lenten Metal Claw, Iron Defense, Roar, Takedown, Protect, Metal Sound, Double-Edge Ich schau jetzt mal bei jedem Pokemon Cario We could take 4 CT Health Metal Claw, Counter, Focus Punch, Bone Rush, Metal Sound, what that? Yo, Alter, was für geile Moves! Aber ich denke, Metal Claw ist ja durchsteckend noch 50 Sword Dance Na, das Ding ist halt, dass der sich heute scheiße spät entwickelt hat Witch Moves should be forgotten Das ist jetzt schwer Ne, machen wir noch nicht Nein, ich wills nicht So, bei den anderen schauen wehts auch nicht Ich drück gar nicht nach und Alter, was ist denn heute los mit diesem Scheiß Simulator? Und da oben sollte der Dragon Skidun sein Ja, da oben sollte der Dragon Skidun sein Ja, da oben Und da oben sollte der Dragon Skidun sein Ich bin nur noch der Dragon Skidun sein Mal sehen, ob sie dem auch rausrücken wird. Sie ist die Trainer des Sacred Dragon-Types. Aber um zu ihr zu battleen, müssen sie erst ihre Instagram-Follower. Mal sehen, wie viele sie hat. So, okay, man muss hier erst mal alle einzeln besiegen. Ich bin nur ein Drago-Ran. Wunder, Statuen. Okay. Muss man also einen Trainer auf dem anderen besiegen. Dragon-Tamer Nate. Na Nathan, solltest du nicht Yo-Kai suchen. Drago-Ran. So, mal überlegen. Also, wenn ich jetzt raten müsste, was hier hat, würdest du zum einen Seedraking sagen. Als erstes Seedraking, dann hat Drago-Ran. Ist so richtig obvious, weil Seedraking ist ja schon Yaman. Und Drago-Ran, weil Drago-Ran, ne. Cousin hat ja auch eins. Drei sogar. Vielleicht auch 500. Na. Das mit den Spikes, die runtergehen, finde ich cool. Die verschwinden nicht, ne. Seedraking, okay. Vielleicht haben die hier auch hier komplettes Team und zeigen das schon. Kingsley. So, Tricke-Farlo. Räsch' ich wieder mit. Ja doch, Tricke-Farlo. Ich schreibe mich sogar fest mit Tricke-Farlo tatsächlich. So, wir spüren mal ein bisschen Twister. Lol. So, dann wird jetzt wahrscheinlich für den nächsten Partie jetzt nur den 16. Norden haben, ne. Ich glaube, ob es die von jedem Typ in Orden, oder? Keine Ahnung. Wir wissen ja, es gibt jetzt insgesamt mit 18 Typen, ne. Die ganzen... Follower. Instagram-Follower. Ja doch, die konnten sehr gut ihr Team darstellen. Ne. Drago-Ran. Seedraking. Guter-Lander. Knack-Krack. Das konnte sehr gut hinkommen. Ne. Weiß halt, wann hat's guter Lander Bedroher. Also, ich kann es mir vorstellen, das Ding ist schon bedrohlich, aber... Da kommt, wir machen noch den... Äh, den Knack-Krack-Trainer. Wir schauen nur very well. Oder machen wir vielleicht alle Trainer noch? I'm the center of guard shoppen. Okay, wo die Friken... Ja, kann ich. die idee von der arena richtig cool wenn das jetzt wirklich ihr team ist dann ist es schon irgendwie cool so knack krack was auch hier ich hätte mir doch gar das vorstellen können aber gar das ist halt kein drache nur auch nicht die bilder kann ich bin leider eher weniger vorstelle schiebel zwar die welt radner versteht mich nicht falsch ich denke aber nicht dass wir ein fass ich sage mal ist jetzt die copy paste keine ahnung was das ist für drei grund so träger fall ja stimmt wie sieht man aber nicht wirklich auf diesen statuen sagen wir im nächsten partner sandra oder wie sie hier ist klar einer level 65 bruder muss los ganz weit los sogar 68 bruder ja haben wir dann bald fertig und kombiniert vor jetzt einfach nur da ist sandra auch schon jetzt gut dass die arena leite also hinterleiter aus gold und silber alle außer hart zwischen den eigenen spread haben selbst norbert hat ein einerseits hätten wir nicht durch den jährigen altmann ersetzen können so das war es jetzt für diesen part leute wenn er euch gefällt dann nach oben lassen kostenloses ab oder so weiter und sofort leute dann werden wir im nächsten part sandra besiegen tschüss schüss